. 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 Boah, zack sind das Kugeln, ey. . . . . . . So weit ist es jetzt dran. Feuerschutze. Krieg's hin. Ich glaube, ich hab ihn. Einen hast du. Gut, das ist weg. Rechts daneben ist einer ein bisschen mehr an der Ecke des Hauses. Feuer drauf. Das ist nur welche. Katerne. Welche? Die da, die Räume hängt. Die erhalte, dass die Katerne hängt. Hä? Katerne. Okay. Die hat über uns, die erhalte, dass die Katerne hängt. Da hängt er. Liste Seite. Nicky, du hast bestes Schussfeld auf den. Nicky! Auf und raus! Nicky! Laterne, links und Seite. Hab einen! Sehr gut! Auf und raus! Wer ist deine Laterne, Foxtrot? Siehst du den? Hast du recht Schussfeld auf den? Nein. Das ist mit den Typen, die da durchrugen. Stefan! Schaut da vorne an, der ist schlecht. Läuft vorbei! Kommt, alles dabei hier! Komm, Tempo, Tempo, Tempo! Vorbei, komm! Lauf! Wir werden ausgewechselt! Foxy, komm! Wir werden ausgewechselt, komm! Pack dir irgendwie um den Telzern oder was. Komm, durch! Wow, sorry! Siehst du, wo wir lang gehen? Jo! Ganz rechts am Bank entlang, wo wir oben dann zu dem Hochrohrschitz kommen. Komm, lauf dich wieder von der Würmer her, ordentlich! Ja! Hier oben ist rot! Haben die euch rausgeholt, da? Ja! Super! Wir durften hier lang! Okay, wartet kurz. Hält water an Züge, wo wird dann günstens? Der eine hat einen Haufen Finger um den Hals. Wahrscheinlich nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen. Shotguns meistens. Ich versuche das im Guten, aber ich glaube, das haben die schon angetestet. Das hat nicht funktioniert. Ja, dafür haben wir unseren Special-Mann, der regnet. Okay, aber ich hätte die gerne. Dass das alle auf einmal werden, wird schwierig. Versucht, einen nach dem anderen rauszupicken. Wo sind die? Links habe ich die zuletzt gesehen. Da ist aber auch Kontakt. Helft der Truppe ein bisschen. Agiert selbstständig. Wartet nicht auf Befehle. Kämpft euch durch. Holt mir aber die Jungs. Ja. Haltet die Stellung. Haltet die Augen auf, Leute. Da war Kontakt, ne? Da war Kontakt, ne? Okay. Hier an dem Bunker da erstmal. Zwei Mann und zwei bleiben hier unten. Geht jetzt bei der Umweg in den Boden. Keine Ahnung, wie sie sehen. Haltet Funkkontakt, Leute. Okay, links kann ich nichts sehen. Komm mal rein. Dann hier links lange. Okay. Sehr gut, hier ist alles fertig. Vor uns, dann noch von uns. Komm mal rein. Alter, die sind hier unten davor. Jetzt kommst du an den Fügel. Du rechts. Achtung, du stehst frei. Abbein, abbein. Sehr gut. Rechts am Bunker. Hier komm! Runter! Abbein. Zwölf Uhr, die Richtung. Die. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Du bist tot. Nicht drauf stehen. Da könnte mehr kommen. Also pass auf deine rechte Seite auf. Bei dir hast du zwölf Uhr aufpassen. Okay, perfekt. Ich glaub, der redet. Tote Reden neuerdings. Ja, neuerdings tun die das. Aber da sind noch mehr. Du hältst das Wetter frei, ja? Ja. Ab nach einem. Perfekt. Wuhu. Okay. Du hältst das Wetter frei, ja? Okay. Weiter Druck machen. Erst hast du. Viel lang. Nichts lang. Nichts lang. Nicht da lang. Nicht da lang. Viel lang weg. Was? Da lang nicht. Jetzt. Ja und deswegen nicht da lang. Alter, du sagst mir, es soll da lang. Nein, ich hab doch das andere links da gesagt. Abbein. Wie sieht's bei euch unten aus? Mach mal was cooles. Wie mach mal was cooles? Weiß ich nicht. Was cooles. Okay, ich guck, wenn ich zu euch komme. Ich stehe euch. Wo sind die Zibis? In der Kirche. Wir müssen nach unten nach unten. Wir müssen nach unten nach unten. Wir müssen nach unten nach unten nach unten. Ja, wir müssen nach unten nach unten. Ja, ich weiß. Wollen wir das machen? Drei links. Der Rest nach oben. Macht ihr die Zibis oder wie? Macht ihr drei links? Das sind Zibis. Die sollen da drin sein, angeblich. Stand. Alles okay? Naja. Fuck. Fakt. Wir haben hier einen Zibis. Wir müssen den irgendwie rausholen, kriegen wir. Wir brauchen hier Feuer. Niki. Die ersten Kiel links. Linke Flanke oben bei der Kirche. Los, vorwärts. Niki! Da waren 20 Mann! Niki! Da waren 20 Mann! 20! Was ist los? Waffentreffer! Waffentreffer! Zähnlich! Ja, ich höre! Ja! Von unten kommt gelb! Ja! Hier! Ja! Ja! Renn dir! Niklas, bist du safe da? Ja! 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 Ja!